Pfff, ist der blöd. Der schlägt die ganze Zeit auf mich drauf. Ich glaube, der realisiert nicht, dass hier einen Schutz gibt. Biiiih, Leute, fertig machen. Haha, wie ein Opa. Der schlägt die ganze Zeit auf mich drauf, trotzdem nötig den. Oh, weg hier. Queer, Queer, Queer Mustache. 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 Hallö, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Uncon Show. Simon braucht wie immer Jahre für seine ganzen Programme, die zu starten. Und wir spielen Mainboard. Es geht sofort los. Allerdings, bevor Simon jetzt was sagen kann, muss ich euch noch ganz kurz was anderes sagen. Und zwar, ich habe hier schon Sachen. Das mit meiner Website, das haben alle mitbekommen, die mich bei Facebook stalken und abonniert haben. Oder wie das da halt heißt. Und zwar war das nur ein April-Scherz. Das heißt, meine Website wurde nicht gehackt. Ich habe die ganze Website nur neu aufgebaut. Und dementsprechend braucht ihr euch da jetzt gar keine Sorgen machen. Wenn ihr einfach mal auf der Website vorbeistellen wollt, das ist jetzt mein neuer Blog. Das ist einfach concrafter.de. Steht auch in der Beschreibung. Und jetzt geht es dann auch los. Also das wollte ich nur ganz kurz noch loswerden. Ja. Und ich bin gerade noch am Livestream nebenbei. Deswegen werde ich ab und zu mal was dazu auch vielleicht mal sagen. Tonycrafter.de. Ich werde dich später bannen. Weil er schreibt die ganze Zeit meine komplette Adresse in den Chat. Und fühlt sich toll. Mein Gott. Was bringt das? Okay, gut, warte. Ich bin dunkelblau. Das heißt, ich bin mit Mindjurks Flo. Oh, cool. Und ich bin gegen dich. Ach, okay. Ich bin hellblau. Oh, ich bin ein falscher Typ. Weg hier. Ich wollte gerade schon sagen. Oh, ich habe Schläge kassiert. Riola ist bei mir. Gut, Riola. Ich habe schon einen getötet. Riola, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Mindjurks Flo kaputt machen. Oh, danke, Riola. Du hast mein Leben gerettet. Okay, Conny, wie sieht es bei dir aus? Ich töte gerade Riola. Nein. Riola, lauf. Ich habe kaum, ich habe kaum. Oh, ich bin tot. Jetzt habe ich den erst mal gekillt. Jetzt kille ich hier den noch. Riola, wenn du tot bist, lass uns bei uns am Lager treffen. Ich will nur Riola töten. Riola machen jetzt alle fertig. Wir machen sie fertig, die Hunde. Ist der mit im Livestream? Nee, nee. Doch, der guckt den Livestream. Wieso sprichst du? Ach so. Ich dachte, wieso sprichst du? Aber er hört es eh verzögert. Ich sage es einfach nur so, weil wir ja aufnehmen. Ach so, ja, gut. Du kannst ja auch mal dein Team anfeuern. Los, Team. Ich kenne ja keinen, mit dem ich hier gerade spiele. Aber ich habe schon drei Kills. Nein. Mich schießt immer vom Dach aus ab. Hilfe. Okay, vier Kills. Ach ja, und falls ihr es an meiner Stimme bemerkt habt, warum die es so komisch anfühlt, ich bin nur noch sehr heiser. Aber... Psst. Darf keiner merken. Keiner merken. Ich habe übrigens auch wieder Facecam an. Hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Hi. Ich versuche jetzt erstmal, den Simon zu töten. Ja, komm doch her. Ich glaube, wie ihr es eventuell sehen könnt. Aber ich glaube, in der Facecam sieht man das nicht so richtig. Ich habe auch gar kein richtiges Schwert. Ich habe gar kein Steinschwert. Reole, folge mir. Irgendwer ein Steinschwert. Darf man ja mal fragen, ne? Alter, der hat sogar... Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Gib mir Sachen. Robert Zubugo. Gib mir ein Schwert, gib mir ein Schwert. Danke, 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 danke. Bleib zusammen. Snotch, du bist cool. Snotch. Bleib zusammen. Okay, Leute, jetzt... Oh, wenn wir Conny nicht besiegen, dann wäre es doch gelacht. Ich werde abgeschossen. Guck dich einmal in die Facecam, dann wäre ich direkt abgeschossen hier. Macht sie kaputt. Los, machen wir erst das Goldteam fertig hier. Der ist ein Creeper. Was für ein Geschnetzel. Jetzt weiß ich auch, was Mine War heißt. Also, mir gefällt das Spiel eigentlich noch besser als damals. Weil es hat sich ziemlich viel getan. Mir gefällt es eigentlich mittlerweile auch mehr als Trouble in Mineville. Oh, der Trouble in Mineville geht auch momentan gar nicht. Da wird man mal gekickt. Also, echt cool. Also, was der Mojang hier auf die Beine gestellt hat, coole Sache. Nein, ich bin schon wieder tot. Was hier für ein Gemetzel abgeht. WTF-Leute. Alter, in der Mitte geht es ja mal richtig ab. Ach, scheiße. Scheiße. Ich brauche auf jeden Fall einen Panzer oder ein Steinschwert. Ein Panzer. Ein Panzer wäre jetzt echt gut. Ein Brustpanzer, meine ich. So, ich muss jetzt leider mal ein bisschen umcampen. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Steinwert. Steinschwert. Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da unten geht es ab. Ja, danke. Danke, Loh. Oh nein, Loh, Max, lauf. Ich will keine Schläge bekommen. Oh, weg hier. Wo ist mein Team? Wo ist mein Team? Okay, kann mir einer von euch ein Steinschwert geben? Die hören mich zwar nicht, aber kann das einer von euch? Das ist Nolik. Das ist der Entwickler. Ich habe den Entwickler getötet. Ja, es hat gerade noch jemand im Chat geschrieben. Niemand erwähnt Nolik. Ich habe gerade nur gesagt, schönes Ding. Alle Kisten sind wieder da. Ja, Mann, ja, Mann. Aber Nolik. Auch Respekt an Nolik auf jeden Fall. Weil Nolik hat es entwickelt. Also Mojang hat es entscheidend war die Idee und Nolik hat es entwickelt. So was. Okay, das ist cool. Und? Ich habe ein Steinschwert. Also Props an die beiden auf jeden Fall. Oh, Team Gold ist komplett raus. Nur unsere beiden Teams sind da. Hä, du lebst auch noch? Nee, Team Gold ist raus. Ich bin Team Hellblau. Achso, ich bin falsch. Oh, scheiße. Ich bin falsch. Das habe ich jetzt mal auch gerade aufgefallen. Scheiße, Leute. Nein, ich bin tot. Bleibt zusammen. Team Larp ist halt noch ein Leben übrig. Ja, das sind wir. Und die Diamanta 4 leben. Ja, okay. Das bringt jetzt eh nichts mehr rumzulaufen. Wir schaffen das nicht mehr. Leute, wir schaffen das. Leute, wir schaffen das. Ich bin wenigstens der letzte Jahr. Ja! Nein! Verlangen! Das war knapp. Das war knapp. Nice gemacht. Aber du bist voll auf gestorben, oder? Ich bin richtig auf gestorben. Ich habe unser Team nicht gerade zum Sieg geführt, aber... Und da sagt noch einer, der ist ein PvP-Pro, Alter. Das glaube ich ja wohl nicht. Sehr gut. Reole, Reole, wuhu! Okay, sollen wir noch eine Runde hinten dranhängen? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach wieder auf EU1. Der startet dann gerade wieder neu. Wir haben eine Runde hinten dran. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich nehme weiter auf, Uncut. Hi. Hi. Server beitreten. Warte, der startet doch jetzt eh jeden Moment neu. Obwohl, nee, ich glaube, ich schneide das doch raus. Wir müssen jetzt nur auf den Server dann irgendwie drauf kommen, ne? Oh, ja. Okay. Okay, man kann drauf, man kann drauf. Kann ich einfach jetzt so weitersprechen? Du kannst einfach so, tu dir keinen Zwang an. Okay. Da sind wir zurück bei... Mein War zusammen mit Ungespielt. Hi. Oh, knapp der Hi. Oh mein Gott. Ein Stimme so verkackt. Ja. Simon hat ein bisschen zu viel Spaghetti gefressen, ein bisschen zu viel Schwänze gelutscht. Und da ist ein einsamer Tod. Der... Ah, der spielt mit. Hoffentlich der Malm... Das ist ja interessant. Der ist ja nicht gut, oder? Doch, klar ist der gut. Nur weil der das entwickelt hat, das hat doch nichts mehr... Spielt das Spiel doch jeden Tag oder so. Deswegen, wenn du es öfter mal am Arm spielst, desto besser wird man. Egal, ich bin auch ohne das ganze Spiel schon der bei der Profi. Ich schaffe nicht mal den ersten Jump. Wollen die mich verarschen? Okay, Conny. Jump Battle, wer weiterkommt. Ja, guck, wo ich bin. Hm, bis hier kann man schon kommen. Schaffst du es? Ich bin auf der Leiter. Ja, äh... Ich bin am Anfang mal richtig... Ich bin an der einen Leiter runtergefallen. Okay. Oh, fünf Sekunden haben wir noch, Simon. Ich hab verkackt, du hast gewonnen. Aber jetzt Riole, einsamer Tod, ungespielt und ich mitspielen. Heißt das? Einige YouTuber sind da. Ich bin... Das bin ich. Ja, nicht alle YouTuber sind da, sondern dass irgendwer in einem Team ist halt zusammen. Wir sind nicht zusammen. Du bist mit einsamer Tod. Ich bin mit... Ja, ich bin einsamer Tod. ... immer noch. Mit meinen Jerks. Und passend dazu geht die gute Musik an. Ich hab irgendwie keine Kiste bekommen, weil ich total fail bin. Ich hab ne Kiste mit nem Panzer, den hab ich mir natürlich direkt angezogen. Leute, werf mir mein Schwert bitte vor die Füße. Was bin ich für ne Farbe? Ungespielt, ungespielt. Blau. Nolik und Insolid ist in meinem Team. Ja, ich würd sagen, ich hab die Runde gewonnen, oder? Ich gewinn das. Ich gewinn das. So, Leute, wir schaffen das. Hab nix. Ist der blöd? Es gibt doch diesen Schutz. Ah, Schock mit B. Okay. Passend die spannende Musik, äh, da hat Dreck angefangen. Pff. Ist der blöd? Der schlägt die ganze Zeit auf mich drauf. Ich glaub, der realisiert nicht, dass hier nen Schutz gibt. Ich bleib bei Nolik. Nolik, bleib bei dir. Ich bleib bei dir, Nolik. Vorsicht, Nolik. Da hat mir jemand ein Schwert hingeworfen. Ah, dankeschön. Und jetzt Team Gold hier fertig machen. Haha. Wie auf war. Der schlägt die ganze Zeit auf mich drauf. Trotzdem nötig den. Ah, weg hier. Nein, da hab ich nen Pfeil auch in den Rücken bekommen. Okay. Los geht's wieder. Ey, die Musik passt grad richtig gut zum Spiel. Da ist Team, äh, ach so, ich bin Team Habe. Nein, Nolik. Nee, nicht, nicht. Nein, und schon wieder nen Pfeil in den Rücken bekommen. Einmal wollte ich... Du kommst mal Pfeile ins Knie, ey. Leike, leike Baus. Hier bist du dran, mein Freund. Du hast mir grad nen Pfeil ins Knie geschossen. Du kriegst Schläge, Junge. Du kriegst Schläge deines Lebens. Lukas. Lukoschus. Ach, den kennst du sogar. Ich bin auch tot. Der hat schon mit mir in WoW gespielt. Ja, der hat auch nen WoW-Account, okay. Aber trotzdem muss er nicht sterben. Du hast was? Du hast fünf War Points? Was heißt denn War Points? Äh, damit kannst du was kaufen. Das ist so wie, ähm, Tracer Pro. Wie geht das? Wie geht das? Slash B. Hilfe, Rion ist hinter mir. Hilfe, 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 Hilfe. Ich renne nur noch weg. Hä, und wenn ich jetzt Slash B gedrückt hab, muss man das ins Inventar ziehen? Oder wie hab ich das dann? Warum rennen wir alle hinterher? Oh, ich bin schon wieder tot. Hä, wie, wie? Ich hab jetzt hier auf diese Maschinenpistole gedrückt. Wie kann ich die jetzt auswählen? Slash B. Ich hab keine Ahnung, äh, Maschinenpistole, was redest du? Ja, Sticky Gun. Ja, keine Ahnung. Ich hab das Spiel so selten gespielt. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das geht. Ich hab jetzt dieses Sticky Gun da ausgewählt. Oh, ich hab ihn getötet. Ähm, hab jetzt aber keinen Plan, wie ich die ganzen Dings da abfeuer. Die ganzen Schüsse. Bambi, Junge. Mein Gott, wusstet ihr schon, dass ich übelster Bogenprofi bin? Ja, außer, außer Slash. Ja, guck, getroffen, getroffen, tot. Oh, Conny, wir sind heute nur Feinde, ich merk's schon. Junge, ich bin einfach viel besser als du. Nein, Spaß. Ich bin voll schlecht. Aber wenn ich dann mal besser bin, dann nutze ich das voll aus. Hey, Reole, komm hoch. Ist Reole in deinem Team? Ja. Oh, Reole ist auch gut im PvP. Der hat mich heute zu weibungsgetötet. Props an Reole. Bam. Oh, oh, ich hab eigentlich Twitter, hab ich direkt wieder Schläge hochkommt. Klasse, Reole, super. Ich bin Team, äh, ich bin Team, äh, Blau. Was ist dein Team Blau nochmal? Lapis? Äh, wir sind hellblau. Team Diamond. Du bist, äh, du bist eine Führung mit acht Leben. Ich weiß. Oh, oh. Leute, bleibt zusammen. Das wird knapp. Junge, wir campen hier einfach zu dritt auf so einen Berg drauf. Wie geil ist das denn bitte? Und uns kann, hier kann keiner ran, außer die schießen Pfeile, aber dazu sind die irgendwie zu blöd. Geiße. Die da sind auch noch in unserem Team? Leute, bleib zusammen, bleib zusammen. Leute, bleib zusammen. Oh nein, Jan Pille, mein Otz ist gestorben. Alter, alle sterben, die hier hochkommen. Alter, sind das Kacknoops. Ja, nicht da hochgehen. Oh, du bist Kacknoops, weil du immer da oben die ganze Zeit bleibst. Junge, ich hab übelst viele, übelst viele Points. Team Gold ist raus. Nicht mehr da hoch. Nicht mehr da hoch, nicht mehr da hoch. Kann ich mir nicht nochmal? Du hast nicht genug Chop-Punkte. Oh Mann. Bleib hier unten. Alter, wir sind vier Leute hier oben, wir gewinnen das. Wir gewinnen gegen Team Ungespielt. Nein. Wir dürfen nicht gegen Conny verlieren. Nur noch zwei Leben. Bleib hier. Wir müssen gewinnen. Scheiße. Ihr habt zwei Leben? Wir haben noch zwei Leben und Conny, ihr habt auch irgendwie fünf oder sechs. Ja, und wir gehen jetzt auf euch drauf, also ich zumindest. Scheiße. Bleibt hier. Oh, ihr habt auch noch zwei Leben. Bleibt hier. Ja, wir haben ein Leben und ihr habt zwei. Aber ich hab ein Eisenschwert. Nein, wir sind raus. Ja, Mann. Es war es knapp, jetzt noch ein Leben. Ich hab gegen Ungespielt gewonnen. Wer ist jetzt der Profi, hä? Häh? 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 Du bist Luan. Okay. Ich würde sagen, wir haben beide eine Runde gewonnen. Äh, ist doch auf jeden Fall cool gelaufen. Ähm, ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst einfach eine positive Wertung da. Schreibt einfach in die Kommentare andere Spielmode, die ihr vorhabt. Ja, genau. Ihr könnt uns immer Spielmode in die Kommentare schreiben, äh, dann geht es bei dieser Unkom-PVP-Show weiter. Bis dieses große, mega neue Projekt anfängt. Oder eventuell könnten wir die Runden, die wir dann nachher zusammen machen, auch Unkom-PVP-Show nennen. Ja, wenn ihr wollt, dass die Unkom-PVP-Show bestehen bleibt, dann schreibt es die Koffer. Ich mein, ihr mögt die Unkom-PVP-Show, ja? Also, das liegt man auch daran, dass ich mal Nachrichten bekomme. Hey, wo bleibt die Unkom-PVP-Show heute? Also, dass ihr es wirklich wollt? Ja. Leute, ich muss euch eine Sache noch dazu sagen. Ähm, es ist nicht so einfach, immer die aufzunehmen, weil PvP ist halt nicht so wie ein normales Let's Play, was man einfach aufnehmen kann. Ja, genau. In Massen und dann hochlädt. Manchmal ist es einfach schwierig, zusammen so einen Termin zu finden und manchmal ist es auch schwierig, dann rechtzeitig alles zu machen. Und also, 19 Uhr ist so eine Richtzeit, das heißt, wenn es mal 19.15 Uhr wird oder 19.20 Uhr, dann bitte nicht ans Bein pissen. Doch, mir bitte, doch. Ich finde das geil. Ja, konnte ich bitte ans Bein pissen. Und wenn mal an einem Tag keine Unkom-PVP-Show kommt, hatten wir einfach Stress oder so. Ich streame auch nebenbei irgendwie jeden Tag. Also nicht zwischeneinander Stress, sondern dass Simon einfach mal gepennt hat oder dass Simon schläft und ich bin da und da. Nee, also wir haben nie Stress, wir küssen uns immer. Ja, wir lecken uns. Oh, ich weiß nicht, was heute Abend kommt. Meine Movie-Aufnahme wurde automatisch angehalten, das ist ja perfekt jetzt gerade zum Ende. Also, ähm, ich würde einfach sagen... Jetzt ist dein Facecam weg, ne? Ja, aber egal, ist jetzt eh vorbei. Okay. Äh, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben. Wenn ihr mehr Unkom-PVP-Show wollt, könnt ihr uns einfach Spielmodi in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal von meiner Seite aus. Tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal von der 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 nächsten Mal von